Großbrand verursacht 6,5 Millionen Euro Schaden Fabrik von Flammenmeer zerstör Tornow, in Tornow, Bezirk Liebereck, rund 45 Kilometer von der sächsischen Grenze entfernt brach am gestrigen Dienstagabend gegen 22 Uhr in der Textilfabrik Jutta ein Feuer aus und erfasste zwei Werkshallen. Der Brand wurde bis zum heutigen Mittwochmorgen unter Kontrolle gebracht, doch dauert der Einsatz an. Der geschätzte Schaden beträgt rund 6,5 Millionen Euro. 170 Kameraden eilten am Dienstagabend zu der brennenden Textilfabrik, die technische Textilien für Bauindustrie und Landwirtschaft herstellt. Laut Zeugen war das Feuer nach einer Explosion ausgebrochen und griff schnell um sich. Eine Werkshalle von 100 mal 20 Metern stand in Vollbrand, als die Kameraden den Brand dort erreichten. Die Flammen griffen auf eine weitere Halle über. Glück im Unglück, die Beschäftigten hatten sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde niemand, so Feuerwehrsprecherin Petra Knizowa. Die Löscharbeiten gestalteten sich als aufwendig, zusätzliche Kräfte und Ressourcen wurden zum Unfallort gerufen, so die Feuerwehr auf X, ehemals Twitter. Rauch zieht durch die Kleinstadt Die Ausbreitung des Feuers war extrem, so Feuerwehrsprecher Jen Harbolik gegenüber tschechischen Medien. Gegen 2 Uhr war das Feuer unter Kontrolle. Doch laut der Feuerwehr wird der Einsatz noch bis zum Morgengen Donnerstag andauern, um in flammende Glutnester zu ersticken. Wegen der extremen Rauchentwicklung sind die Anwohner des 15.000 Seelenstädtchens angehalten, die Fenster nicht zu öffnen. Untertitelung des ZDF, 2020